Ich hätte gerne euch noch da... euch brauche ich nämlich... Ich hoffe es geht jetzt wieder... Das war auf jeden Fall ein klassisches Picknick. Da war nämlich einfach mal mein In-Man weg. Ich lade zumindest schon mal wieder meinen eigenen Stream. Das sieht gut aus. Ja, ich habe die Zwischenzeit genutzt, mir ein Brot zu machen. Woher laden jetzt schon wieder? Hm. Das ist halt sehr interessant. Das ist nämlich ein Problem, was ich in letzter Zeit öfters habe. Und ich weiß absolut nicht warum. Ich guck mal eben nach. Hm. Na. Hab gerade auch alles problemlos funktioniert, aber müsste... Hm 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 hm. Speedtest sieht gut aus. Müsste alles wieder gehen. Haben mein Audiotreiber irgendwas abgekriegt? Nicht direkt, okay. Und das lustige ist halt, wenn mein Internet disconnected und mein OBS dann plötzlich sagt Ey, Internet ist weg. Ich bin disconnected. Dann sehe ich das Spiel nicht mehr. Das war gerade eben super cool. Ich habe einfach nur noch ein Start-Button geheimnisiert. In der Hoffnung, dass ich nicht zu sehr... Ich glaube, wir sind nur durch die Tür gegangen. Also... Irgendwie so was. Wir machen aber jetzt auf jeden Fall den Boss. Ich hoffe, dass bitte bei jedem der Stream wieder geladen hat. Läuft der Stream eigentlich heute bei euch besser oder schlechter? Ich habe nämlich die Bitrate runtergestellt. Weil ich der Meinung bin, dass Ocarina of Time dich unbedingt eine Bitrate braucht, die ich... Keine Ahnung. Sonst nur für Spiele der höheren Kategorie wählen würde. Sollte also eigentlich heute weniger buffern, etc. pp. Blablub. Wow. Okay, ich habe die Dekondisse nach da gelegt. Ist das da? Das ist da, okay. Ich glaube nämlich, die brauchen wir. Oh. Wir gucken hier. Scheint... Alles zu funktionieren. So ein bisschen. Okay. Scheint alles zu gehen. Gut. Wir machen den Boss. Ähm. Hallo. Ist er nicht süß? Guma! Guten Tag. Guma! 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 Verdammt! Ich kann's nicht. Ich bin so schlecht. Da muss ich die ganze Zeit die falsche Taste Nein Oh, das war knapp Verdammt Ging das nicht so? Ich dachte das funktioniert so, blenden und dann ducken und crouch trappen, irgendwie sowas Egal, wir schaffen den, ich bin da sehr zuversichtlich, wenn der mal seinen Kahn droppt Ach, getroffen, wie auch immer Meine Güte, wie viel droppt denn der gerade? Guma, please Er hasst mich, oder ich bin einfach nur schlecht Ich kann ihm so nicht in sein Auge schießen Hallo War's das? Ja, jetzt müsste er wieder runter kommen Alter, bin ich so schlecht, oder was? Ich kann ihn da auch nicht runterschießen Oh, nein No, he is like, I don't care Na klar. Na klar. Willst du mich verarschen, wieso... Warum hält der da viel aus? Macht keinen Spaß. Na komm, lass fallen. Geht doch. Mein Gott, bin ich schlecht. Ei, ei, ei. Aber ich hab's geschafft. So, wie war das? Jetzt Wrong Warp noch zu gannen? Nein. Dinge, die ich nicht kann. Ja, ich hab... War ein ziemlich schlechter Goma. Ich hab Ewigkeiten gebraucht für den irgendwie, keine Ahnung. War mir nicht sicher, was am meisten Schaden macht. Egal. Am Dank, Long. Das ist ein bisschen blass ausbauen. Was ist los? Und du hast deinen Mut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ich wusste, dass du mein Vertrauen nicht enttäuschen würdest. Doch du stehst erst am Anfang deiner Mission. Hör mich an. Nein. Nee. Sonst wiederholt er sich einfach. Höre, was ich zu sagen habe. Ein Diener des Bösens, der aus der Wüste kam, hat mich verflucht. Pseudokatzi. Pseudokatzi. Das böse in Menschengestalt setzt seine diabolischen Kräfte rücksichtslos ein, um Zugang zum Heiligen Reich zu erlangen. In diesem heiligen Reich rumt das Triforce, ein mächtiges Relikt der Götter, und wartet auf den, der seine Kraft zu nutzen weiß. Vor tausend von Jahren. Ach mein Gott, ist das nicht das ewige Katsien? Stiegen drei Göttinnen aus dem Chaos der Gezeiten empor. Die Göttin der Kraft Nairu, die Göttin der Weisheit Farore, die Göttin des Mutes Okay Mit dem feurigen Odem ihres Körpers schob sie unsere Welt Nairu Sie schenkte der Welt die Gabe der Weisheit Der Himmel ist also die Weisheit, okay Farore Sie spendet Leben und schuf sämtliche Formen des Daseins Jetzt weiß ich warum Leute das skippen Das dauert ewig Als ihr Tun vollendet war zu Die Göttin in Gen Eden Treibhaus-Symbole kündigen noch heute von den Städten Seither ist das Treibhaus ein Zeichen göttlicher Prophezeiung Das Relikt der Götter ruht nun im Heiligen Reich Okay Niemals darf es dem Teufel aus der Wüste gelingen Die Macht des Treibhaus zu erringen Niemand darf der, der Böses in seinem Herzen trägt Das Heilige Reich betreten Der Dämon, der den Fluch auf mich legte und mir die Kraft raubte Mein Ende naht, das Böse nagt an meinen Wurzeln Obwohl du den Fluch gebrochen hast Kommt deine Hilfe zu spät Ich bin zum Sterben, verdammt Meine Zeit ist vorüber Doch trauere nicht um mich Mein Auftrag war, dich einzuweilen In die Geheimnisse von Hyrule Du bist des Landes letzte Hoffnung Rippbaum Lung, begib dich nun zum Schloss Suche doch die Prinzessin Denn sie teilt dein Schicksal Die arme Sau Nimm diesen Stein an dich Er war das Begehr des Mannes, der mich mit dem Flug belegte Jäi Bis zum nächsten Mal.